Musik Yo Leute, bevor das Video startet, also ganz ganz kurz nochmal Ich habe heute am Nachmittag so zwischen 3 und 4 Uhr ein Video hochgeladen Und zwar die dümmste Wette hier mit KS Krapi ohne Scheiß Zeug zieht euch einfach das Video nochmal rein Also wer es noch nicht getan hat, einfach jetzt auf den Link hier klicken Oder ich glaube ich habe den Link zum Video einfach unten in der Beschreibung einfach nachgucken Auch wirklich ein ganz ganz wichtiges Video auch Abo-Treffen und so mit dabei Und dann würde ich sagen, ich bin auf jeden Fall raus Viel Spaß mit dem Video, käst am Limit So Dann suchen wir nochmal, jawohl Und wir join wieder in der Lobby rein Richtig nice, richtig nice So Leute, falls ich irgendwie, mich versprechen sollte Krapi sitzt hinter mir Und guckt mir zu jetzt beim Zocken Und ja Erstmal hier ganz gechillt Ich nehme heute mal die Ska Und ich scheiß Leute, es sind so So, guckt euch, guckt euch einfach mal in die Lobby an Schon wieder Ich spiele auf jeden Fall mit der Ska Ja, Mr. Scorps hier schon wieder Ja, Digga, er heißt Mr. Scorps So, warte, ich mach mal ganz, ganz gechillt jetzt hier mal Einleiterspruch Servu Oh Gott, ne Servus, Leute Kehrs Freak ist So, ich nehme jetzt mir ganz gechillt ein So, nice Kommt der, wer? Oh Gott Guck, er hat Tryhardt im Klantek Oh, okay, er ist Freak Geht schon mal richtig ab Dafür könnt ihr wieder mal ganz gechillt begrüßen Zu einem Live-Kommentary gegen Tryhardt diesmal Ohne Scheiß, Leute Ich such schon Ungefähr Boah, keine Ahnung, wie lange ich jetzt so eine Lobby suche Komm Mann Er heißt Mr. Scorps Guck dir das an, was für eine Hunderter-Präzi der hat, Alter Grab, guck dir die Scheiße an, mal Ich spiele die ganze Zeit gegen Tryhards, Alter Junge, bist du behindert, Alter Halt doch mal deine Fresse Jungs, er singt einfach, Alter Gehörst du zu die Scheiß Wie nennt man diese Knaben, Alter Diese Die was einfach singt Guck dir das an, Alter Wie ich hier schwitzen muss die ganze Zeit Ja Alle im Headglitch Geh raus, Alter Guck dir das an, Alter Mr. Scorps Leute Ihr glaubt mir gar nicht Wie, 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 solche Wie, wie, solche Lobbys abpacken, ne Ich versuche schon die ganze Zeit Ein normales Live-Kommentary zu erspielen Aber es funktioniert hier einfach nicht Schon wieder Mr. Scorps getötet Komm Komm raus, Junge Ja, die kommen hier vorne Ja, ja, ja Das gibt's nicht, ne Das gibt es nicht, Leute So, schön Schön wieder den Scorps getötet Er macht hier einen auf Muscle Scorpion, ne Ich hasse diese Scheiß-Faker So Komm Ja, okay Er läuft rein So, den holen wir jetzt ganz gechillt Nice Oh Gott Oh, hab ich raus Komm Oh Gott Er holt mich fast, ne So, Teammate hat die MP rausgehauen, gerade So, nice Ja, ohne Scheiß, Leute Also, wenn ihr mehr gegen Tryhardt sehen wollt Einfach einen Daumen nach oben da lassen Guckt ihr das an Guckt ihr das an, Alter Was ist mit dir, Junge? Nur um Headglitschen Richtige Pussys hier Normalerweise würde ich ihm Schau, guck ihn an Bricht ihm bitte irgendwer die Hände Ich hoffe, seine Mutter kommt ins Zimmer Und bricht ihm einfach die Scheißhände Sorry, Jungs, aber Ich muss euch wieder fluchen Ja Er ist immer nach oben, ne Das gibt es nicht Das gibt es nicht Ne, ich hol dich jetzt weg, Digga Komm Jetzt, 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 jetzt So Ja, natürlich hat er Tryhardt im Klantek Ja, servus Komm Oh Gott, da war noch einer Den holen wir uns ganz gechillt Komm So, tot So, jetzt müssen wir mal hier rotieren So, tot Ne, ne, Digga Wir verlieren nicht, Charlie So, jetzt hier hinten noch einer Tot Unnachgiebig, Leute Okay, yes, freak Hier, Leute, gegen Scheiß Tryhards, Alter Wie ich hier schwitzen muss Gebt euch mal die Scheiße hier So, einer geht auf C Dann kommt einer auf B So Komm Tod Nice Komm Tod Oh Gott Oh mein Gott Wie ich das so belebt habe, Leute Ich weiß es nicht Nice Drohne raus, nochmal So, wir sind jetzt kurz vor Brutal schon Oh Gott Er holt mich fast Was war Nice Nice Nice, 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 nice Ich gehe hier Ja, er schießt schon vor Oh Gott, dieser Scheiß Tryhardt, ne Er regt mich richtig auf So Hier, Yusuf ist auch richtig am Schwitzen gerade Ohne Scheiß, Leute Wenn ihr mit mir gerade schwitzt Einfach Hashtag Schwitzen in die Comments 35,1 Erste Halbzeit Läuft eigentlich Ich glaube, ich bin ganz, ganz kurz vor Nuklear Ey, wie lange Ohne Scheiß, Krapi Wie lange ich schon Ohne Krapi kann sich einfach bestätigen Wie lange ich schon nach einer Lobby suche Ich glaube, locker 2, 3 Stunden Und ich komme wieder in so eine Scheiß-Drecks-Lobby 3, 2, 1 So Let's go, Alter So, nehmen wir mal C1 Wir sind kurz vor Abi Ja, war klar, dass die Ich laufe mal ganz außen jetzt rum Jetzt hör da ein Ja, Mann Nuklear gegen die größten Scheiß-Schwitzer, Alter Ohne Scheiß, ich kann mir gar keiner mehr was sagen Hier, 100er Prezi Des Jahrtausends Komm Das gibt's nicht Neh, wie die schwitzen Guckt euch das an, Leute Wieder da rumgammeln Ja, er stirbt nicht Er schluckt mehr wie seine Ich sag lieber nicht Ja Ja, mein Aim ist auf jeden Fall voll da Nämlich überhaupt nicht So, komm Nice Komm Nice Ich gebe mir jetzt ein bisschen auf Unerfalsermedaillen hier So Jumpshot des Jahrtausends, Alter 100er Prezi Meine Fresse So Sind die tot? Naja, sind tot So So, der kommt jetzt Der läuft wieder nach oben Wir holen uns ganz gechillt Was ist denn los mit dir, Liga? Du stirbst hier auf jeden Fall So, komm, du auch noch Nice Oh, wie raus So, der chillt hier wieder oben So Wohin jetzt, Leute Schau mal Den holen wir noch ganz gechillt weg Ja, die sind wieder hier oben Ich hol mir die Pisser Oh Gott Der kann ihn nicht töten War wieder mal klar So Komm Oh, mein Gott Hast du das gerade gesehen, Digga Er gibt mir einfach so einen Quickscope über 40 Meter Aber es juckt mich jetzt eh nicht mehr Ich war nuklear gegen die richtig Richtig Ich ging einfach gegen deutsche Spieler Kann mir keiner was sagen Dass ich schlecht bin oder so Ich hab meinen ganzen Arsch aufgerissen Für euch, Leute So Der wusste gar nicht, was abgeht Ohne Scheiß Ich glaube, er hat sich einfach geschrägt Ich hab ihn aufgeschnitten Und Und in seinen Oberkörper geschissen Ja Guckt euch das an Ah Oh Gott Habt ihr den Spaß hier gesehen So Die Runde ist gleich vorbei Weil wir haben ihn schon gekürt Ich hab das ja 1000 So, komm Ja Habt ihr Oh Gott Komm, 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 Digga Oh Oh, mein Gott Oh, mein Gott Hab ich ihn gegeben, Leute Oh, mein Gott Also für den Turner nochmal hier Einen schönen Daumen da lassen Würde ich sagen Und ich hoffe, euch hat das Live-Kommentary gefallen Ich werde es wahrscheinlich zu KS am Limit machen Auch wenn ich jetzt eine Nuklear gedrückt habe Aber Ja, 54, 2 Bewerten, kommentieren, nicht vergessen Ich bin auf jeden Fall raus Und Grappi, hast du noch was zu sagen? Servus Servus Vorsicht Bis zum nächsten Mal.